Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 30. Dezember. Wir beginnen mit dem normalen Tagesschart im DAX. Wir sind hier mit zahlreichen Gaps unterwegs gewesen. Wir haben noch ein offenes Gap auf der Unterseite, aktuell im nahen Bereich. Natürlich noch zahlreiche Gaps deutlich tiefer. Das nächsttiefere würde sich dann bei 12.600 Punkten hier befinden und das nächste nun hier bei 13.600 Punkten, das Eröffnungsgap vom Montag. Das Eröffnungsgap vom Vortag hatten wir dann im weiteren Tagesverlauf wieder schließen können. Wir sind dann mit einer sehr bärischen, schwarzen Tageskerze im Bereich von 13.760 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorwürstlich notieren wir am heutigen Mittwoch im Bereich von 13.750 Punkten. Sollte sich die Abwärtsdynamik vom Vortag dann weiter fortsetzen, dann dürften wir höchstwahrscheinlich hier das Gap im Bereich von 13.600 Punkten schließen und damit kurz auf den 10er EMA nehmen. Diese gelbe Linie hier, Abwärtskorrekturen sollten dann etwas unter dem 10er EMA auslaufen und in der Folge dürften wir dann höchstwahrscheinlich weiter ansteigen. Wir sind ohnehin weiterhin im Aufwärtstrend, nachdem wir hier über den Widerstandsbereich bei 13.460 Punkte in den Vortagen nach oben ausgebrochen sind. Und solange wir uns hier über dem 50er EMA über dieser blauen Linie aufhalten, ist dann mittelfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste große Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 14.000 Punkte. Wir machen dann weiter mit den Markierungslinien im Wochenschart. Da haben wir dann auf der Oberseite bei 13.900 Punkten die dunkelrote Markierungslinie, bei 13.450 Punkten dann die rote auf der Unterseite und dann deutlich tiefer bei 13.050 und 12.700 Punkten die hellgrüne und dunkelgrüne Markierungslinie. Solange wir nicht mehr über die dunkelrote Markierungslinie bei 13.900 Punkten ansteigen können, wäre dann der nächste Anlaufbereich hier bei 13.450 Punkten zu sehen. Wir könnten also möglicherweise vor einer deutlichen Korrektur stehen und nicht nur den Bereich um 13.600 Punkte am offenen Gap anlaufen, sondern dann auch deutlich tiefer absacken Richtung 13.450 Punkte. Können wir hingegen im DAX den Bereich um 13.900 Punkte nach oben erobern, dann wäre natürlich die nächste Anlaufmarke die runde Marke von 14.000 Punkten. Gut und abschließend dann noch ein Blick auf den Chart des Euro-Dollars. Der bewegt sich hier weiterhin über der hellblauen Linie, über dem 10er EMA, deutet damit weitere Stärke an und wir dürften höchstwahrscheinlich wie bereits zuvor dann hier die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals anlaufen und in diesem Bereich dann wahrscheinlich wieder nach unten abprallen und eine erneute Korrektur einleiten, die dann erneut den Bereich hier um den 10er EMA anläuft. Abwärtskorrekturen laufen in der Regel im Bereich des 10er EMAs dieser hellblauen Linie aus. Insofern bieten sich hier Long-Positionen im Bereich des 10er EMAs an, die man dann wieder im oberen Trendkanalbereich verkaufen könnte. Eigentlich ist ein starker Euro schlecht für den DAX, aber aktuell merkt man davon nichts, sowohl der Euro als auch der DAX können weiter ansteigen. Gut und damit wären wir dann erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag, dem 4. Januar und wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg im Trading. Vielen Dank. Vielen Dank.